So, willkommen zum zweiten Video. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr Aufgaben bei iSurf erhalten könnt. In diesem Video soll es darum gehen, wie ihr eure Lösungen, die ihr handschriftlich erfasst habt, digitalisieren könnt, um sie dann für eure Lehrerinnen und Lehrer bei iSurf hochzuladen. Das Hochladen, wie das funktioniert, das zeige ich dann in einem dritten Video. Also, am besten nutzt ihr eine Scanner-App, um das Ganze zu machen. Es gibt ganz, ganz verschiedene von unterschiedlichen Programmierern. Ich persönlich nutze von Microsoft Office Lens, kann ich auch vollkommen empfehlen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr seht, ich habe die App hier bereits installiert. Ihr klickt drauf und habt dann eine Markierung, die erfasst relativ automatisch das Dokument, was vor euch liegt. Dann macht ihr einfach davon ein Foto. Das Ganze wird dann so ein bisschen aufgehellt, sodass das gut laserlich ist. Eine sinnvolle Einstellung ist das Crop-Tool oder das Zuschneiden-Tool. Wenn ihr also quasi bei der Fotografie nicht die Ränder richtig getroffen habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, nochmal das Ganze zuzuschneiden. Da das aber gut gelungen ist gerade, lasse ich es einmal so. So, und schon seid ihr fast fertig. Ihr geht unten rechts nochmal auf Fertig und habt dann die Möglichkeit, das Bild zu speichern. Ihr gebt hier oben einen Titel ein, Beispiel. Und zwei Empfehlungen. Erstens, ich würde es immer als Bild speichern. Das erscheint dann in eurer Galerie. Und vor allem auch als PDF. Da könnt ihr dann noch den Speicherort wählen. Klickt hier einfach drauf. Telefonspeicher. Und da steht dann auch, wo genau ihr das auf eurem Gerät findet. Drückt dann auf Speichern. Und dann seid ihr damit auch schon fertig. 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 Und dann seid ihr damit auch schon fertig.